Ja meine Lieben und damit sage ich moin moin zu der leider schon letzten Folge von Let's Glitch Pokémon Silber und Gold. Sind jetzt nicht so viele Folgen geworden, liegt aber auch daran, dass es leider nicht so viele Glitches gibt wie jetzt in Pokémon Blau und Rot. Und zuletzt zeige ich euch heute wie ihr so einen kleinen Grafik Bug hinkriegt, so einen Grafik Glitch, den es auch wieder aber nur in der englischen Version gibt. Und den zeige ich euch jetzt mal. Ihr nehmt euch ein Pokémon und fliegt erstmal zu irgendeinem Pokémon Center. Welches ist, komplett egal. Und dann geht ihr hier rein, geht hier diese Treppe hoch an der Seite, geht dann genau so wie ich jetzt hier gehe, lang an diese Wand, geht in euren Pokédex. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon erraten, zu welchem Pokémon wir müssen. Genau, Maschok, da haben wir es. Und wir müssen uns wieder den Ruf von Maschok anhören. Attacke. Da haben wir ihn gehört. Das war es auch schon wieder. Wir gehen wieder raus und gehen wieder in unseren Rucksack, machen das Coin Case auf und dann passiert es auch schon. Achtung. Okay, lauter Zs und damit ist das Spiel dann auch abgekackt. Das war leider schon der letzte Glitch, den ich für das Spiel kenne. Ich hoffe, er hat euch gefallen und die Serie hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bis dahin sage ich wie immer, ab dafür, Freunde.